In diesem Video werde ich dir einen Überblick über die wichtigsten Möglichkeiten und Funktionen von Microsoft Teams auf dem iPad geben. Anders als auf einem PC, Mac oder über einen Webbrowser sieht Microsoft Teams auf dem iPad etwas anders aus und bietet leider auch nicht alle Funktionen, die uns ansonsten bei der Nutzung von MS Teams zum Beispiel auf einem Mac zur Verfügung stehen. Ich werde dir sieben Bereiche vorstellen, die ich für den Einsatz von Microsoft Teams auf dem iPad im schulischen Setting für besonders wichtig halte. Das sind erstens Grundlagen, zweitens Teams und Kanäle, drittens Chat, viertens Videoanruf und Videokonferenzen, fünftens Optionen in Videokonferenzen, sechstens Klassennotizbuch und siebtens die Aufgaben. In der Zeitleiste dieses Videos oder in der Videobeschreibung weiter unten kannst du direkt zu den einzelnen Bereichen springen. Bitte beachte, dass ich nur die meiner Meinung nach wichtigsten Funktionen in jedem Bereich vorstellen werde, ohne dabei auf alle verfügbaren Möglichkeiten einzugehen. Microsoft Teams ist eine App, die Lehrkräften verschiedene Funktionen für den schulischen Einsatz und vor allem auch für das Homeschooling bieten kann. Am unteren Bildschirm finden wir die Hauptfunktionen der App. Unter Aktivitäten erhalten wir zusammengefasst alle Neuigkeiten, die uns betreffen. Unter Chat haben wir die Möglichkeit, mit anderen Lehrkräften, Schülerinnen oder frei zusammengesetzten Gruppen zu chatten, Sprachnachrichten zu verschicken, Dateien zu teilen und Videoanrufe zu starten. Wir haben hiermit also mehr oder weniger alle Funktionen, wie wir sie zum Beispiel aus WhatsApp kennen. Unter Teams finden wir eine Übersicht über alle bestehenden Teams unserer Schule. Hier können wir die Teams verwalten und auch neue Teams erstellen. Unter Aufgaben verwirkt sich die Möglichkeit, den Mitgliedern der bestehenden Teams, also in der Regel unseren Schülern Aufgaben zu stellen, deren Bearbeitung zu überblicken und die eingereichten Ergebnisse der Schüler einzusehen und zu korrigieren. Unter Kalender sehen wir alle geplanten Besprechungen und können neue Besprechungen, also Videokonferenzen, planen. Unter Anrufe sehen wir alle bereits getätigten Videoanrufe. Hier könnten wir auch Direktsprachanrufe oder Videokonferenzen mit Einzelpersonen oder Gruppen starten. Unter mehr verbergen sich weitere Funktionen, die aber für den ersten Einstieg in Teams noch nicht relevant sind. Lehrkräfte und Schülerinnen lassen sich in sogenannten Teams organisieren, die dann jeweils wieder mehrere sogenannte Kanäle beinhalten können. Man sollte sich zunächst entscheiden, welche Organisationsform man für die Teams in der eigenen Schule wählen sollte. Man könnte so zum Beispiel pro Klasse ein Team anlegen und die unterschiedlichen Fächer mit mehreren Kanälen abbilden. Ebenso könnte man aber auch pro Unterrichtsfach ein Team erstellen und mit den Kanälen dann zum Beispiel die unterschiedlichen Themen im Fach abbilden. Vor allem bei höheren Klassenstufen und im Kurssystem wird wahrscheinlich die letztere Variante sinnvoll sein, während kleinere Schulen und Grundschulen wahrscheinlich am besten ein einzelnes Team pro Klasse anlegen. Um ein neues Team zu erstellen, tippt ihr einfach oben auf das Plus-Symbol und dann auf Team erstellen. Nun müsst ihr euch zwischen vier Vorlagen eines Teams entscheiden, die jeweils unterschiedliche Funktionen und Berechtigungen an die Mitglieder vergeben. Für den Einsatz in der Klasse wählen wir in der Regel die Vorlage Kurs aus. Nachdem ihr den Teamnamen und eine optionale Beschreibung eingegeben habt, könnt ihr nun Schüler als Kursteilnehmer und weitere Lehrkräfte als Lehrer hinzufügen. Später könnt ihr bei Bedarf noch weitere Personen hinzufügen oder wieder entfernen. Weitere Kanäle könnt ihr über die drei Punkte neben einem Team anlegen, indem ihr bei dem Menü dann einfach auf Kanäle verwalten tippt und oben wieder auf das Pluszeichen tippt. Die Kanäle werden übrigens alphabetisch sortiert, daher macht es unter Umständen Sinn, die Namen der Kanäle durchzunummerieren. Wenn ihr die Berechtigung ändern wollt, also bestimmen möchtet, wer in einem Team oder in einem Kanal etwas schreiben kann, dann geht das leider nicht über das iPad. Hierfür müsst ihr euch über den Browser eines PCs oder Max auf die Web-Oberfläche von Microsoft Teams einloggen. Dort könnt ihr dann die entsprechenden Einstellungen vornehmen. In einem Team oder Kanal könnt ihr jetzt Beiträge hinzufügen und über die Registerkarte oben auch Dateien in beliebigen Ordnerstrukturen allen Teammitgliedern bereitstellen. Im Kanal Allgemein und nur dort verbirgt sich dann noch das Klassennotizbuch und die Aufgaben, zu denen ich später im Video kommen werde. Über den Chat könnt ihr mit einzelnen Personen oder aber mit selbst zusammengestellten Gruppen chatten, wie man es von WhatsApp gewohnt ist. Um einen neuen Chat zu starten, tippt ihr oben auf das Stiftsymbol und gebt einen oder auch mehrere Namen von Personen ein, mit denen ihr den Chat starten möchtet. Unten könnt ihr dann eure Nachricht eingeben und mit dem Plus-Symbol Dateien von eurem iPad hinzufügen. Über das Kamerasymbol könnt ihr Bilder hinzufügen oder direkt mit der Kamera Aufnahmen hinzufügen. Das Mikrofon lässt euch eine Sprachnachricht verfassen. Gerade Schülern mit motorischen Beeinträchtigungen oder Schüler, die noch nicht schreiben können, ermöglicht diese Funktion mit anderen Schülern und den Lehrkräften in Kontakt zu treten. Habt ihr einen Gruppenchat gestartet, könnt ihr dem Chat für alle Teilnehmer einen aussagekräftigen Namen geben, indem ihr oben auf den Namen der Teilnehmer tippt und dann über Name des Gruppenchats den Namen für alle ändert. Hier könnt ihr ebenfalls über Kontakte hinzufügen, weitere Chatteilnehmer aufnehmen, Chatteilnehmer entfernen, indem ihr ihren Namen nach links schiebt oder ganz unten selbst den Chat verlassen. Über Stumm schalten könnt ihr die Benachrichtigungen über neue Nachrichten in diesem Chat abschalten. Vor allem wenn man in vielen Gruppenchats Mitglied ist, eine wichtige Funktion. Videoanrufe und Videokonferenzen könnt ihr auf verschiedene Arten starten. Die erste Möglichkeit funktioniert direkt aus jedem Gruppenchat oder Chat heraus. Dafür einfach im jeweiligen Chat oben rechts auf das Kamerasymbol tippen. Der Anruf wird daraufhin direkt gestartet. Die zweite Möglichkeit ist, bei Teams in einem Kanal oben rechts auf das Kamerasymbol zu tippen. Damit startet man eine Sofortbesprechung, die dann auch im jeweiligen Kanal für alle Mitglieder angezeigt wird. Über den Button Teilnehmen können dann alle Mitglieder dieses Teams eigenständig an der Besprechung teilnehmen. Die dritte Möglichkeit ist über Kalender eine neue Besprechung zu planen. Das ist vor allem dann sinnvoll, wenn es sich zum Beispiel um eine wiederkehrende Besprechung handelt, da man hier dann einstellen kann, dass diese Besprechung zu einem bestimmten Zeitpunkt immer wieder im jeweiligen Kanal angekündigt wird. Wenn wir in einer Videokonferenz sind, bieten sich uns mehrere Möglichkeiten, die wir unten sehen. Über das Chat-Symbol können wir Nachrichten schreiben, die später im Kanal sichtbar sein werden. Über das Personensymbol kommen wir zu den Teilnehmern. Hier können wir zum einen weitere Teilnehmer hinzufügen, indem wir oben auf Teilnehmer hinzufügen tippen oder einfach unten bei weiteren Eingeladenen über einen Tipp auf deren Namen die Teilnahme anfordern. Bei bereits teilnehmenden Personen können wir sie durch Tipp auf ihren Namen stumm schalten und auch aus der Besprechung entfernen. Sehr wichtig ist hier auch der Punkt, Status zu Teilnehmer ändern. Standardmäßig sind alle Teilnehmer nämlich im Referentenstatus und können somit alle anderen Teilnehmer, auch mich als Organisator, stumm schalten oder sogar aus der Konferenz rausschmeißen. Eine Sache, die für viel Unmut sorgen kann, sobald die Schüler diese Funktion entdecken. Mit dem Teilensymbol und dann mit Bildschirm teilen kann ich mein Bildschirm für alle Konferenzteilnehmer sichtbar machen. Sicherlich eine der wichtigsten Funktionen bei den Videokonferenzen. Wenn ich auf den Display tippe, erscheint links oben ein Pfeil, über den ich zur Übersicht von Teams zurückkehren kann, wenn ich den Schülern dort etwas zeigen möchte. Über den roten Button rechts oben kann ich dann das Teilen meines Bildschirms wieder stoppen. Kleiner Praxistipp, wenn ich mein Bildschirm teile und dann die Kamera auf meinem iPad anschalte, kann ich mein iPad auf eine Erhöhung legen und habe damit im Endeffekt eine Dokumentenkamera und kann mit dem iPad den Schülern zeigen, wie ich zum Beispiel mit Geodreieck und Zirkel umgehe. Mit dem Handsymbol kann man einen Sprechwunsch mitteilen. Vor allem, wenn die Konferenz viele Teilnehmer hat, ist diese Funktion wichtig. Die restlichen Buttons sind dann selbsterklärend. Hier kann ich meine Kamera, mein Mikrofon und meine Lautsprecher am iPad an- oder ausschalten. Der rote Button beendet meine Teilnahme an der Konferenz, allerdings nicht die komplette Konferenz. Über das Klassennotizbuch könnte ich theoretisch den kompletten Unterricht laufen lassen. Vor allem aber beim Homeschooling stellt das Klassennotizbuch eine enorme Erleichterung dar. Das Klassennotizbuch basiert auf der App OneNote, die auch auf dem iPad installiert sein sollte. Um ein Klassennotizbuch anzulegen, tippe ich bei einem Team im Kanal Allgemein oben auf den Reiter Weitere und dann auf Klassennotizbuch. Mit dem Button Ein OneNote Kursnotizbuch einrichten, starte ich die Einrichtung. Hier wählt man dann in der Regel Leeres Notizbuch und bestätigt dann die Übersicht mit Weiter. An diesem Punkt kann man dann die einzurichtenden Abschnitte in den Schülerbereichen umbenennen oder weitere hinzufügen oder löschen. Sobald das Klassennotizbuch erstellt ist, kann ich es über den Reiter Weitere aufrufen. Es öffnet sich dann automatisch die App OneNote, die vorher natürlich installiert worden sein sollte. Ein solches Klassennotizbuch ist in mehrere Abschnitte aufgeteilt. Innerhalb des Notizbuchs an sich finden wir die Abschnittsgruppen Collaboration Space oder manchmal auch Platz zur Zusammenarbeit benannt, in dem alle Teilnehmer lesen und schreiben können. Die Abschnittsgruppe Inhaltsbibliothek, in der alle lesen, aber nur die Lehrkräfte schreiben können und die Abschnittsgruppe Nur für Lehrer, in der alle Lehrkräfte lesen und schreiben können, die aber von den Schülern nicht gesehen wird. Darunter finden wir dann für jeden Schüler eine eigene Abschnittsgruppe mit den Abschnitten, die wir bei der Erstellung des Klassennotizbuchs angegeben haben. Hier können Lehrkräfte und Schüler lesen und schreiben. Die Schüler sehen aber jeweils nur ihre eigene Abschnittsgruppe mit ihrem Namen und nicht die Abschnittsgruppen der anderen Schüler. Das Tolle am Klassennotizbuch ist nun, dass ich damit sowohl im Homeschooling meinen regulären Unterricht mit Tafelanschrieb machen kann und das Ganze auch über die Bildschirm-Teilen-Funktion allen Schülern zeigen kann. Ich kann aber ebenso Seiten als Übungsaufgaben und Hausaufgaben im Abschnitt nur für Lehrer vorbereiten und dann mit der Funktion Seite verteilen an alle Schüler austeilen. Um diese speziellen Befehle des Kursnotizbuchs sehen zu können, muss ich aber erst den entsprechenden Reiter Kursnotizbuch oben in der Reiterleiste rechts auswählen. Mit der Funktion Arbeit der Schüler überprüfen kann ich dann schnell und einfach alle ausgeteilten Hausaufgaben der Schüler durchsehen und korrigieren. OneNote und auch das Klassennotizbuch bietet noch zahlreiche weitere Funktionen, über die man sich aber auch sehr gut in anderen YouTube-Videos informieren kann. Im Bereich Teams komme ich beim Reiter Weitere auch zum Punkt Aufgaben. Hier ist es mir möglich, den Schülern über das Plus-Symbol Aufgaben zu erstellen und zuzuweisen. Neben Titel und der Anweisung kann ich zum Beispiel auch Word-Dokumente einfügen, die die Schüler dann bearbeiten und mir zurückgeben können. Hierfür muss eingestellt werden, dass die Schüler in ihrer eigenen Kopie des Dokuments arbeiten. Ich kann hier aber auch vorbereitete Seiten in meinem Kursnotizbuch als Ressource einfügen, die dann automatisch an die Schüler verteilt werden. Die Zuweisung der Aufgaben erfolgt dann entweder komplett an die Klasse oder auch an einzelne Schüler. Ebenso kann ich Veröffentlichungs- und Abgabezeiten definieren. Wenn ich die Aufgabe erstellt habe, kann ich sie aufrufen und sehen, welche Schüler sich die Aufgabe bereits angesehen haben und wer sie auch bereits zurückgegeben hat. Abgegebene Aufgaben kann ich dann über einen Tipp auf die Aufgabe ansehen, korrigieren, bei Bedarf bewerten und auch mit einem Feedback an die Schüler versehen.